Das ist besonders klar. Jetzt geh mal los! Nein, nein, das ist küsse! Jesus, bring'n so weiter. Scheiße, bring'n so weiter. Nein, das ist der Fall. Halt's doch weiter, Stich' noch weiter. Hast du noch nicht gar nichts mehr? Halt's nicht so weiter! Alter, ich schwör das, wir machen das von Alter. Alter, ich schwör das, Alter. Alter, ich schwör das, Alter. Fing ist auch geil, Alter. Fing ist auch geil. Hört mal, wenn ich 10 Dollar hätte, könnte ich uns Crack besorgen. Oh ja, Crack. Super Idee. Du hast doch Geld, Michael. Aber Crack, das ist gefährlicher Stoff. Drogenmann, dein Gehirn muss ja schon ganz schön durcheinander sein. Drogen tun dem Gehirn gar nichts, sie bringen nur Freude. Drogenann, dein Gehirn muss ja schon sein. Drogenann, dein Gehirn. Ich sehe plötzlich Enden. Oh Mann, ich muss mit diesen Drogen aufhören. Oh Mann, ich muss mit diesen Drogen aufhören. Oh Mann, ich muss mit diesen Drogen aufhören. Wer ist das? Jedenfalls nicht David Hasselhoff. Das bist du. Ziemlich erbärmlich, was? Drogen sind nicht deine Freunde, sondern deine Feinde. Oh Mann, ich muss mit diesen Drogen aufhören. Oh Mann, ich muss mit diesen Drogen aufhören. Oh Mann, ich muss mit diesen Drogen aufhören. Das bin ja ich. Das ist meine Zukunft? Ja, wenn du nicht mit diesen Drogen aufhörst. Das ist die Drogen aufhören. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Du bist in Ordnung, so wie du bist, auch ohne Drogen Dieser Film entstand mit Unterstützung der Ronald McDonald Kinderhilfe Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020